Hallo liebe Kiwi, alles Liebe zur 500. Sendung und das Verrückte ist, ich darf ja dabei sein. Ja, und wo bin ich jetzt? Guck mal hier, schnauzer hängend, unrasiert und ja, am Moped putzen. Ich liebe meine Motorräder. Na ja, guck mal da, so in meiner Garage bin ich. Da. Und jetzt ist genug, wir sehen uns ja schon bald. Ich freue mich drauf. 500 Sendungen, mein Gott im Himmel. Kiwi, weißt du eigentlich, dass du immer schöner wirst? Und jünger, dein Horstie. Und natürlich steht dann der Schnäuzer. Tschüss.